Seid ihr jetzt total durchgeknallt, oder was? Konstantin, was soll das denn werden? Eine kleine Performance für den französischen Unterricht? Oder doch besser eine Headline für die lokalen Nachrichten? Nein, wir... Was denn? Skandal am Heinrich Heim, die Lehrerin technet mit Schüler? Konstantin, bitte! Ich weiß nicht, ob euch das in irgendeiner Form aufgefallen ist, aber die Pause ist gleich zu Ende! Sie haben völlig recht, das war absolut unverantwortlich. Anne, du kommst jetzt nicht, du wachst in mir! Witt, witt! Monsieur, dame, silencie, s'il vous plaît. Also? Wie soll ich beginnen? Also? Merci beaucoup, à demain! Tschüss! Gehen wir noch was trinken im No Limits? Äh, geh schon mal vor! Schließt wenigstens ab, oder bist du echt scharf auf einen Skandal? Geh! Geh ins No Limits und laber Gregor voll! Dir ist echt das Hirn in die Hose gerutscht! Paul, was willst du noch? Von dir die Wahrheit! Dass du genauso viel für mich empfindest, wie ich für dich! Mein Gott, wir können froh sein, dass es eben nur Konstantin war! Wenn der Trottel nicht reingekommen wäre! Hast du nicht gespürt, wie viel da noch zwischen uns ist? Das bildest du dir ein! Okay, ich mag dich! Sehr sogar! Aber du bist mein Schüler! Aber das... das fällt doch... fällt doch nicht auf! Nein, Paul. Ich kann meinen Job, meine Karriere nicht aufs Spiel setzen. Und ich werde es nicht tun! Das wird nicht passieren, das verspreche ich dir! Außerdem bist du bedeutend jünger als ich! Und? Wen stört das? Mich nicht? Paul, wir kommen nie zusammen! Begreift es endlich! Lass mich in Ruhe! Anne! Bitte, Anne! Lassen Sie sich aufhören, bevor wir überhaupt angefangen haben! Anne! Dem bringst du besser einen Koffein-Freien! Och! Schon wieder wegen Anne? Nein, Konstantin! Ihr seid jetzt zusammen? Ja, das passt! Mach mir einfach einen Milchkaffee, okay? Kommt! Besonders lang musstest du bei der Siegert ja nicht nachsitzen! Anne war in mich verliebt! Sie hat es zugegeben! Paul, wann vergisst du die Frau endlich? Es ist sinnlos! Und weißt du, dass ich mir das Ei selbst gelegt habe? Anzeichen geringfügiger Gehirntätigkeit? Ich habe dir gleich gesagt, du sollst die Finger von deiner Lehrerin lassen! Mann, dass ich sie mit der kleinen Jensen eifersüchtig gemacht habe! Das nimmt sie mir übel! Wieso hast du mich nicht davon abgehalten? Dich? Na klar! Und morgen laufe ich über den Rhein! Ich bin so ein Idiot! Erzähl mir was Neues! Sie hat gesagt, es wird nie wieder was zwischen uns laufen! Nie wieder! Eine kluge Frau! Wir wären das perfekte Paar gewesen Aber leider eine Nummer zu groß für dich Ich muss Anne einfach vergessen Ah... Und überhaupt, eigentlich bist du an allem schuld Welch? Ja, du auch. Du hast gesagt, die Frau steht auf mich. Körpersprache und so. Kompletter Bullshit! Sie ist positiv. Du hast was dazugelernt. Wenn die Frauen das eine sagen, dann meinen sie das andere Eigentlich hat das mit den Frauen noch keinen Sinn Oder wir sind einfach zu blöd, uns die Richtige auszusuchen Auf alle Fälle keine Lehrerin mehr Und keine, die auf Stallburschen steht Lesben fallen auch raus Und zicken sowieso Eigentlich haben wir doch gar nicht so hohe Ansprüche Eben. Die Frauen haben einfach nicht kapiert, was sie verpassen Bis auf eine Anne 2. Klingt wie ein Helikopter Ich sollte so langsam mal meinen Fuhrpark ausdünnen Ich kann doch auch nichts dafür. Ich bin nicht in sie verliebt Ja, dann sag ihr das endlich! Ich bin nicht in sie verliebt Vielen Dank.